Das ist Günter Krings. Günter Krings sagt in einem Interview, ich halte es aber schon gesetzesökonomisch für fragwürdig, für wenig tausend betroffene Fälle Dutzende von Gesetzen zu überarbeiten. Die Mehrheit der Deutschen findet, homosexuelle Paare sollten gleichgestellt werden. Ich finde es daher fragwürdig, dass ein paar alte, verstaubte CDU und CDUler mir die Gleichstellung verwehren. Deswegen...